was geht ab bros und bros und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von nio wir machen hier noch mal eine kleine nebenmission und dann sind wir hier auch durch denke ich mal das war kurz durch danke dass du gekommen bist ein wir haben versucht die yokai die ico ico chima überran haben selbst zu jedoch ohne erfolg sogar mein schwert wurde gestohlen eigentlich müsste ich mir den bauch aufschneiden und in schande sterben aber der muri brauchen aber die muri brauchen noch ein es beschämt mich darum zu bitten aber würdest du den yokai töten und mein schwert für mich zurückholen natürlich machen wir es ja sind wir mal gespannt was wir jetzt machen dürfen ja vorlesen ist nie so meine stärke ich hab das mal gemacht ja die teils yokai aki provinz und so was das ist ja noch in ordnung aber diese komischen namen ich muss nur mal ich hasse das ist ja wenn man verschiedene spiele spielt okay worauf müssen wir hier achten dass der da oben wahrscheinlich warum liegen hier so viele da hinten auch gehen wir erstmal nach hinten oder was bist du denn okay das war jetzt nicht schwer ich hoffe nicht dass ich wieder gegen so ein behindertes wasser monster kackvieh kämpfen muss komm wow zwei von euch alles klärchen ja okay das ist doch nicht so schwer wie ich dachte okay okay geht doch wie war das mit dem ich weiß es auch nicht mehr fackel an wird ja ein grund haben warum sie da ist ne so war es das hier würde ich sagen müssen wir weiter in die andere richtung fein 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 da ist nix hier wird auch nix sein oder da ist nix hier liegt einer Ja. Ich hole den da hinten nochmal. Nur mal kurz. Wow. Bei der Macht des Hundes. Stirb, stirb, stirb. Das ging doch schon mal easy. Ein Dämonenhorn. Yeah. Kann man bald wieder was schmieden. Meine Herren, du. Sorry. Okay. Geh mal wieder zurück. Dich will ich hier nicht. Oh, scheiße. Da sind sie wieder. Fuck. Sehr schön. Sehr schön. Was hast du jetzt? Okay. Dann muss ich hier zurück ran, ungefähr bis hier. Wow. Und tschüss. Was geht? Okay. Nee. Nee, hier geht's dann nur zurück. Oder? Nee, ist schon der richtige Weg. Aber hier geht's auch nicht lang. Aber nur bis hier hin. Okay. Aber nur bis hier hin. Mit den Steinen kann ich auch ein Geschäft aufmachen, eh. Ja. Ähm. 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 Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz. Ja. Ja. Und wieder zurück. Ich guck mal kurz. Hier walten wir nicht. Die Fackel ist an. Okay. Da brauchen wir also nicht mehr hin. Wo? Schau doch ein. Ich guck mal kurz. Ja. Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz. Ja. Ich guck mal kurz. Alter. Mach mal keinen Scheiß hier. Und tschüss. Jo, feinie fein. Ach ja. Juuu? Oh? 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 Das war's für heute. Das ist ja krass drauf, Alter. Das war's für heute. Oh shit, Mann. Was ist das für einer? Oh shit. 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 die schwerter fetzen aber ja dann wird es ja so sein dass hier wahrscheinlich noch eine fackel ist und ich dann an denen vorbeikommen mal Okay. Das ist, wenn man zu viel will. Das ist, wenn man zu viel will. Ja, ja. Wir wenigstens wissen, was wir hier noch machen müssen, man. Solange ziehen wir das hier auch durch. Tschüss. Tschüss. Fuck. Fuck. Der ist so krass. Ei, 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 ei. Das Problem ist einfach, dass es hier total eng ist, zu kämpfen. Man muss immer aufpassen, dass man nicht im Wasser fliegt und 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 und. Jetzt müsste ja hier noch diese blaue Schimmel kommen. Seht ihr, was ich meine? So, das hier ist auch noch nicht das Problem. Und das ist immer noch nicht unser Problem, Kindchen. Wenn ich hier zurückgehe, ist da so ein Bubble-Bubble-Schnabbel. Ich frage, soll ich das Vieh wegmachen? Aber ich muss einfach darauf achten, nicht zu weit zurückzugehen. Und vielleicht hier diesen Kreis hier kämpfen. Ja, ja. Lost this. Na ja. Okay. Das sollte jetzt erst mal reichen. Ihr seht ja die Problematik. Ich werde das meistern und dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein. Also verrückst du das. Das soll jetzt auch im Moment nehmen. theche kann Taiwan einstellen. Vielen Dank.